Die Wäldchen sind jetzt hier im Wohnzimmer bei uns, etwas umgezogen in die Ecke, wo sie dann auch bald raus können, wenn sie größer sind. Und zwar ist da der Ausgang, aber das ist alles neu. Die sind erst übermorgen drei Wochen alt und ganz lebendige Kleine, sechs Kinderchen, drei Rünen und drei Mädchen. Und Candy ist ganz stolz. Mama Candy. Alle haben Durst. Noch habe ich nicht zugefüttert, aber es geht übermorgen los. Candy, hast du schöne Welpen? Guck hier mal, wie die zurecht sind. So stillt sie Candy. Candy sorgt sie ihre Welpen im Sitzen. Dann können sie nicht so doll an den Zitzen kratzen, nicht Candy? Und du hast ganz viel Milch. Das ist eine ganz liebe Mama. Und das Wetter ist nicht doller draußen. Aber wir haben hier Fußbodenheizung. Ich kenn die. Jetzt ist fast Oster. Dann sind das die kleinen Osterlinkelchen. Und der Daumen. Dann sind die Luftgeklokokur zu verhörteren. Jetzt will die Hände sich doch anlegen, jetzt will die Hände sich doch anlegen, das ist nicht hingelegt, jetzt muss ich mal hier rum gehen, um das zu filmen, knapp drei Wochen alte Wäldchen, 19 Tage alt, ganz gesunde, süße Schätze, da geht es dann bald raus auf die Hundeterrasse. Und sieh.